Überflutungen, Dürre, extrem heiße und auch extrem kalte Tage. Die Folgen des Klimawandels sind unübersehbar. Eigentlich. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die das gar nicht wahrhaben wollen. Deshalb schaue ich heute mal hinter die Fassade, warum manche Menschen behaupten, dass es den Klimawandel gar nicht gibt und gebe Tipps auf die Frage, wie gehe ich mit Klimaleugnern um. Wie gehst du emotional mit dem Klimawandel um? Also mir persönlich macht das Ganze ziemliche Angst. Zum einen habe ich Angst vor der Zukunft. Wird die Menschheit überleben? Wann werden unsere Ressourcen möglicherweise zu Ende gehen? Und zum anderen macht es mir Angst, wie wir Menschen überhaupt in Summe damit umgehen. Viele von uns tun einfach gar nichts, leben weiter wie bisher, unbedarft und verschwenderisch. Und Angst ist auch mein erster Erklärungsversuch. Angst und Verleugnung sind ja emotionale Reaktionen. Und wenn du dich mal daran erinnerst, wie das so für dich ist, wenn du Angst hast, dann gehört das vermutlich eher zu den Dingen, die wir ganz gerne mal weghaben wollen. Und Vermeidung kann ja auch eine Strategie sein. Wenn ich mir überlege, welche Herausforderungen auf mich zukommen, welche Verluste ich vielleicht auch erleiden werde, wenn es den Klimawandel weiterhin mit dieser Geschwindigkeit gibt, dann bekomme ich ziemliche Angst. Wenn ich bald kein frisches Wasser mehr habe, was mache ich denn dann? Und das möchte ich natürlich überhaupt nicht in meinem Kopf haben. Also wische ich das schnell weg, indem ich sage, gibt's gar nicht. Das verschafft mir erst einmal Erleichterung. Und wir wissen von WissenschaftlerInnen auch, dass viele Ressourcen, gerade das Wasser zum Beispiel, lange keine sichtbaren Effekte hat, wenn sich der Grundwasserspiegel zum Beispiel verändert. Und irgendwann wird das so ein Schneeballprinzip, dass es ganz, ganz schnell geht. Und daher ist diese Strategie kurzfristig, die Strategie der Vermeidung, wahrscheinlich hilfreich für meine emotionale Befindlichkeit. Langfristig vermutlich eher nicht. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder versuche, hier in unseren Kursen und auch in den Inhalten zu sagen, überleg dir genau, das Verhalten, was du hast, wie sehr führt das zu dem Leben, was du leben willst? Kurzfristig und langfristig. Und wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann hier zum Beispiel in unserem YouTube-Kanal das Video Vermeidungsleid sehen, wo wir sehen, welches Leid wir unserem eigentlichen Leid oder unserer Angst hinzufügen, wenn wir etwas vermeiden, nämlich vor allem den Prozess, das Leid und das Unbehagen, das es braucht, um uns weiterzuentwickeln. Und da passiert natürlich auch viel im Kopf. Und damit kommen wir zu einem zweiten Phänomen, das ich jetzt mal als Erklärungsversuch mit reinnehmen möchte, der kognitiven Dissonanz. Dazu habe ich hier ja auch schon ein Video im Kanal gemacht. Und im Rahmen des Klimawandels würde ich es so definieren, dass wir vor der Schwierigkeit stehen, Informationen aufzunehmen und zu akzeptieren, zu integrieren, die nicht zu dem passen, was wir wollen. Das Leben, das wir führen wollen, die Werte, die wir haben, die Überzeugung, die wir haben, die Überzeugung, dass dieser Planet schon überleben wird, beziehungsweise wir als Menschheit ja immer besser, schneller und weiterkommen. Das passt nicht dazu, dass möglicherweise sich die Erde so schnell erwärmt, dass irgendwann Leben auf der Erde gar nicht mehr möglich sein könnte. Und das versuche ich natürlich wieder, das Unbehagen in mir wegzubekommen. Und gemäß der Theorie der kognitiven Dissonanz suchen wir Menschen dann nach Techniken der Dissonanzreduktion. Also wie kann ich es schaffen, dass es doch irgendwie vereinbar ist? Und dann sind natürlich Fehlinformationen, dass das alles gar nicht so schlimm ist und dass wir das und das noch erreichen können, ein gefundenes Fressen dafür, dass wir sagen, oh, ich muss ja gar nichts mehr machen. Ach so, wenn die großen Weltmächte, gucken wir erstmal nach Amerika und China, wenn die was ändern, dann sind wir ja alle gerettet, also muss ich ja nichts mehr machen. Plus so etwas wie die persönliche oder psychologische Distanz kann hier natürlich auch eine Rolle spielen. Das, was da in Kalifornien passiert oder auf anderen Kontinenten, dass da Wälder brennen, das hat mich ja hier in Deutschland gar nicht zu interessieren. Wir sind ja sicher. Und so bin ich selbst gar nicht so involviert und kann mein Unbehagen, meine Angst, meine Sorge reduzieren und so weiterleben wie bisher. Das sind zwei mögliche Erklärungsversuche und da sind natürlich schon wieder eigene drin. Also Fehlinformationen ist ja auch allgemein etwas, das passieren kann. Also wenn ich mich gar nicht so sehr dafür interessiere und nicht so tief informiere und bekomme Fehlinformationen zugespielt, ach ja, dann bin ich auch einfach dem Glauben oder habe ich einfach den Glauben, dass auch nichts ist, also dass der Klimawandel ja nur ein Gerücht ist. Und das hängt wiederum mit meinem Erklärungsversuch Nummer drei zusammen, der sozialen Identität. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist erst einmal ein psychisches Grundbedürfnis, wie ich es hier auch schon erklärt habe. Wenn wir uns zugehörig fühlen wollen, dann versuchen wir natürlich auch möglichst gleich mit der Gruppe zu sein und gar nicht unbedingt aufzufallen. Wir sorgen eher für Konformität, damit wir dazu gehören, statt zu rebellieren und zu sagen, ihr denkt das alle ganz falsch. Und da kommen wir natürlich auch wieder in so politische Gefilde. Es gibt Parteien, die sehen den Klimawandel als nicht so wichtig an. Und dann konzentrieren wir uns auch etwas anderes. Und in einer Demokratie ist das natürlich auch machbar. Und gleichzeitig werde ich als Einzelperson dann vermutlich, selbst wenn ich den Klimawandel als sehr bedrohlich und sehr wichtig empfinde, nicht so viel sagen, um weiterhin zur Partei dazuzugehören und vielleicht auch dort meine Karriere zu machen, genauso wie in einem Unternehmen oder in einer Gruppe von FreundInnen. Wenn alle rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich auch damit anfange. Deshalb kann die soziale Identität auch nochmal eine große Rolle spielen. Und dann mache ich es häufig so in Gruppen, gerade in Arbeitsgruppen, dass ich sage, gerade im Marketing, in der Medienproduktion geht ja auch viel um Geschmack und Ästhetik. Und Ästhetik ist auch wieder eine Frage des Geschmacks, auch wenn es da Gestaltungsrichtlinien gibt. Viele Menschen, die diese Gestaltungsrichtlinien nicht kennen, behaupten, dass es eigentlich nur noch Geschmack ist. Und dann komme ich mit meinem Wunsch nach Fakten. Ich sage immer, kill me with facts. Also Meinungen können wir alle haben. Fakten sind klar wissenschaftlich erprobt und die haben auch eine Evidenz und sind nicht nur so dahergeblubbert. Und das hilft mir persönlich natürlich weiter. Und da gibt es noch ein paar Fakten, die ich mitgebracht habe, nämlich vom Psychologen Rainer Brommer, der gesagt hat, wir haben untersucht, wie sehr die Leute in die Wissenschaft vertrauen. Und tatsächlich zwei Drittel, 66 Prozent sagen, ich vertraue auf das, was die Wissenschaft sagt. Nur acht Prozent sagen, ich vertraue nicht darauf. Und da gibt es ja auch noch eine ganze Menge Menschen dazwischen. Und bei diesen Zahlen finde ich es enorm interessant, dass obwohl so viele Menschen der Wissenschaft vertrauen, 75 Prozent der Befragten nicht an den Klimawandel glauben. Und das verrät mir, dass wenn ich mit jemandem spreche, der Klimaleugner ist, ich nicht unbedingt mit Fakten kommen brauche, nicht unbedingt eine Expertin damit hinsetze. Und deshalb habe ich hier nochmal drei Tipps mitgebracht für das Gespräch mit Klimaleugnern. Also wie gehe ich mit Klimaleugnern um? Tipp Nummer eins, aktiv zuhören. Aktives Zuhören ist eine Technik aus der Psychologie, die gibt es auch viel im Coaching, die enorm wichtig ist und die in meinen Augen im Alltag total verloren geht. Ich kann mich da nicht so ganz ausnehmen, wenn ich ehrlich bin. In meinem Privatleben schaffe ich das auch nicht immer. Wir Menschen sind so sehr dabei, zuzuhören und zu antworten, um uns selbst zu bestätigen. Und natürlich, wenn ich ein Bild von der Welt habe und vom Klimawandel oder gegen den Klimawandel, dann suche ich überall da Informationen, die mir das, was ich glaube, noch einmal zu bestätigen. Und wenn wir aktiv zuhören, dann schenken wir unserem Gegenüber Aufmerksamkeit. Wir versuchen, das Gesagte vielleicht auch noch einmal zu wiederholen in anderen Worten, um zu zeigen, ich habe dir zugehört und so habe ich dich verstanden. Denn im Alltag bemerken wir auch oft, dass ja Kommunikationshürden da sind. Und wir stellen Fragen. Denn Fragen sind ein Zeichen dafür, dass ich mich wirklich für das interessiere, was du glaubst, was du sagst, was du machst. Und das schafft eine Wertschätzung und eine respektvolle Basis. Wenn ich jetzt gleich auf jemanden, der eine andere Meinung hat, in diesem Falle Klimaleugner ist, so zugehe, dann kann dieses Gespräch sehr hart explodieren. Und manchmal, in manchen Settings, braucht es das auch. Ich spreche jetzt allerdings von den Begegnungen im Alltag, wo ich potenziell die Chance haben möchte, jemanden auch noch mal zu erreichen und vielleicht mitzunehmen, einzuladen, sagen wir oft in der Psychologie und im Coaching, etwas anderes auszuprobieren. Und der Weg der Veränderung bahnt sich nur, wenn ich dich auch da mitnehme, wo du stehst. Also aktives Zuhören enorm wichtig. Tipp Nummer zwei ist, betone gemeinsame Werte und positive Auswirkungen. Wenn ich mir überlege, wie viele Menschen ich tagtäglich draußen begegne, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, die sind alle in der Natur. Und wenn ich demgegenüber diese 75% der Menschen stelle, die KlimaleugnerInnen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich da Menschen begegnen kann, die den Klimawandel leugnen. Und dann könnte ich ja ins Gespräch kommen und sagen, Mensch, ist das nicht toll, was wir hier für eine Parkanlage haben? Wir sind hier mitten in einem Naturschutzgebiet. Die Hunde haben einen Spaß. Die Luft ist sauber. Das ist doch toll. Und die positiven Auswirkungen, wenn wir uns dafür engagieren, dass Klimaschützen die Naturschützen, die gehen ja noch weiter. Die sorgen dafür, dass tagtäglich sauberes Wasser aus unserer Leitung kommt. Aktuell unbegrenzt. Ist das nicht schön, was für einen Luxus wir haben? Sollten wir nicht alles tun, damit wir das bis unserem Lebensende und dem Lebensende unserer Kinder erhalten können? Da ist schon mal so ein leichtes Problembewusstsein, aber mit dem Fokus auf das, was wir bekommen oder was wir behalten. Und das ist doch schon mal schön. Und da komme ich auch mit so einer persönlichen Geschichte des Gassigehens zu meinem Tipp Nummer 3. Erzähle Geschichten und Beispiele von Betroffenen. Und da kommen natürlich auch ein paar Fakten mit rein. Vielleicht nicht die großen Fakten, wie viel Grad wir schon erwärmt haben unserem Planeten, sondern vielleicht mal im Kleinen. Zum Beispiel schauen wir zu Hause mit unseren Kindern eine Doku über das Wasser, wo wir mitbekommen, dass in Kalifornien die Seen schon richtig krass ausgetrocknet sind. Dass Silicon Valley sich woanders her Wasser besorgen muss. Dass in Mexiko manche Leute nur einmal pro Woche mit Frischwassertanks beliefert werden, was sie teuer bezahlen müssen. Und dann schauen wir auch noch die Hüter des Waldes und die sehen auch tagtäglich den Klimawandel in ihrer Natur und die erzählen ihre Geschichte. Und das sind einzelne Menschen, die so sehr dafür kämpfen, dass einzelne Bäume und Lebewesen überleben. Das steckt mich schon an. Wenn ich meine Geschichte erzähle, wenn ich Menschen zum Beispiel erzähle, dass ich manchmal auf die Herrentoilette verwiesen werde, weil ich doch so männlich aussehe, wenn ich auf der Damentoilette bin, dann sagen die, ach wirklich, das gibt es doch gar nicht, die sieht doch ganz weiblich aus. Ja, weil sie mich kennen. Und wenn sie dann hören, wie verletzend das für mich sein kann, dann sind sie in solchen Situationen selber vielleicht doch etwas vorsichtiger. Wenn wir also Geschichten der Menschen hören, die wenig Wasser haben, die Dürrezeiten haben, wo der Klimawandel aktiv ist, wo Fische aussterben. Wir haben jetzt gerade auch gehört, dass auch bei uns heimische Fischarten schon bedroht sind. In der Wasserdoku sehen wir, dass auch bei uns es gar nicht mehr so weit weg ist vom richtigen Problem. Und wenn wir schaffen, die Leute damit zu erreichen und positiv zu aktivieren und nicht immer nur zu sagen, du darfst nicht, du sollst nicht und du musst jetzt. Ich glaube, dann haben wir eine Menge erreicht. Wir schaffen es nur gemeinsam. Und das bedeutet, dass wir auch diejenigen mitnehmen müssen, die komplett anderer Meinung sind. Und die kriegen wir vermutlich nicht so gut mit, wenn wir immer nur draufhauen. Deshalb kleiner Reminder auch an mich selber. Manchmal ein Stück zurück, tief durchatmen, gerade wenn das, was gesagt wird, mit mir überhaupt nicht passt und versuchen, mich dafür zu interessieren, die Person an sich wert zu schätzen und zu gucken, ob wir gemeinsam kleine Schritte machen können. So viel zum Thema Klimawandel und wie gehe ich mit Klimaleugnern um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018